Wenn du einen Fliegenpilz in der Natur siehst, dann kannst du ruhig mal ein bisschen davon nehmen. Dir wird nichts passieren, dir wird vielleicht ein bisschen übel, aber du kannst davon nicht sterben. Normalerweise wird der Pilz getrocknet, denn dadurch wandelt sich die Ibuthensäure in Muskemol um und du erfährst die positiven, psychoaktiven Folgen des Muskemols. Die Ibuthensäure ist dann nicht komplett verschwunden, aber in kleinen Dosen wirkt auch diese nicht schädlich, sondern antreibend ähnlich wie Koffein.